Was ist das? Nein, er hat ein Foto... Darf ich anfangen? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, worum geht es jetzt auf? Pass auf, ich bin auf! Ähm... Wie benutzt man ein Messer? Vor allen Dingen nicht so. Wenn, dann rein und... Alter, wann hab ich das Messer kaputtiert? Es läuft ja die andere Seite. Nee, jetzt lass mal. Ich schreib in das so ab. Doch, das mach ich lieber. Boah, jetzt lass das doch. Jetzt möchte ich meine Folie abmachen. Ja, lass doch das da runter erst mal. Es hält mir jetzt... Scheiße. Scheiße. Alter, sag mal, Leute! Boah. Ich bin im Saul, ey. Hey, es hört sich nicht drücken, lass mal rumgelaufen. Leute, ihr macht nichts wahnsinnig, ehrlich. Und jetzt ist ja... Hör auf! Ja, das hab ich mir auch grad gefragt. Halt mal umdrehen, das sind auch Sachen gerade noch. Halt mal das und erst mal das hier hier oben drauf packen. Also mal... Also mal... Also mal... Also mal... Das geht nicht mit dieses Babymesser. Ja. Ich möchte machen. Ne, den nimmst du doch. Ja. Mal gucken, wie... Ich möchte auch abmachen. Besser will, was weiß es. Ja, ich weiß dann, darfst du abmachen, zwei darf ich abmachen. Ah, mir ist das so gefährlich mit dem Messer, mein Schatz. Ja. Wolltest du das auch? Ne, das ist aber wirklich nicht. Also mit keiner Schere auf jeden Fall. Ah, das weiß ich meine. Das weiß ich ganz stark. Pass bitte auf da, die schneidet da. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann schneidet sie nur heute. Mose. Oh, hau. Oah. Länge Pärle mache ich. Da hab ich's doch. Ich will auch nicht hin Werk hier. Die, ich mach jetzt einfach dieses kurste Spiel. Gib mal hoch. Genau, pass mal auf. Gib mal hier. So, ich komm's noch an. Ich mach's aber auch. Lohnen nicht. Ich pack's die. Ich pack die St wavelength auf. Ich mach die zwei, ich darf nicht die Sachen. Boah, hast du keine Kraft, mein Ampe? Ne, mach ich auch nicht. Ja, ich hab die Schere. Meine. Wow. Alter, eigentlich müsstest du mal die Uhrzeit filmen, ja? Äh, 2.24. Da, da irgendwo USB-Teckel? Ich kann's gar nicht. Doch, da. Weil ich anschließend muss man auch planen. Aber du, Scheiße. Gelbe Grabe hängt da hinten. Bestimmt geht's hier, oder? Ja, die trauen wir. Echt? Alter, es ist schon reingeknitt als Holzraum. Schlaube-Schlumpf. Holz, hol doch auf! Pack das Ding da runter, dann kann ich die Papier runterpacken. Ah! Pack das Ding da runter. Du, mach auf! Kann ich nicht. Oh, das ist krass. Kann ich nicht mal ein Kampfer trennen? Ja. Die machen dann nicht. Kann man die rausholen? Ja. Mami, jetzt brauche ich dich. Ist er fit? Oh nein. Nein, du hilfst nicht mit. Warte mal. Fair, warte mal. Warte. Ich schieb. Genau, wir heben hoch. Wir sind weg. Und du schiebst das Ding nach da. Nee, ist nicht irgendwie fixiert? Und der Teil war noch fixiert. Ja. Du fragst dich jetzt bloß wie. Einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Das wurde festgemacht. Ach. Wärst du auch noch eins? Es war zweimal. Nee, ich hab da hinten nix. Doch, habt ihr. Habt ihr. Hier. Warte, schau bitte. Jetzt schon eins. Da ist es. Jo, wir kommen vorwärts. Papa steht da nur rüber. Cool. Jetzt hab ich es. Geh eins. Halt mal, halt mal, halt mal. Ja, jetzt haben wir aber erst den Deckel in der Hand, ne? Halt. Drei. Eckschieb. Boah. Können wir einmal umdrehen. Cool. Warte mal, lass uns das mal da draufstehen. Nelly, kannst du mal ganz kurz warten. Alter. Was ist das Ding in da mal drauf? Mit Griffe mit. Hallo, ist der. So. Oh, da ist noch ein Muschel schwerer. Warte. Ganz mit dem Rücken. Dieser Rücken ist scheiße. Hey, 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 hey. Geh eins. Geh eins, geh weg. Ja, ich geh weg. Warte mal, ich hab, ich hatte neum einen Rückenschmerz gesaugt. Ich hab die letzten Tage gesaugt. Leute, Leute. Ich mach's noch nicht weg. Pass auf! Boah, ich geh jetzt mit einem Messer. Ja. Schwer einmal nur hoch. Vor... Okay. Mach's mit, mach's hier auf. Äh, äh. Ich mach's über keine Abstände. Ach, ich komm da ja jetzt ja gar nicht durch. In der Kamera. Oh, dann kann aber auch keiner hochgehen, keiner gar nicht. Kelly, kennst du mal bitte den GM-Kack nicht auf? Ich hab gesagt, dass sie hier von der Schale ist. Nicht, Alter. Wer mag den mal ein Aki sein? Warte. Nein, jetzt so. Ich hab ein krasses Stück. Wir haben nicht gewohnt, wenn wir was zu tun haben, ehrlich. Da ist die. Gell, hier rein. So, das muss jetzt... Ja, nicht rollen lassen. Okay. So, jetzt wartet mal. Das muss nämlich umgedreht werden. Nee, das ist schon richtig. Bist du richtig? Ja, das ist schon richtig. Bist du richtig? Ja, das ist schon richtig. Ja, ich komm mal nicht... Ich bekomm das... Moment mal hin runter. Ach, Tja, du wirst wirklich ehrlich gehen. Oh Mann, jetzt hab ich das weggepackt. Oh Mann, jetzt hab ich das weggepackt. Aua! Ja, hör mal drüber auf, jetzt geht's los. Ja, vielleicht schaff ich das. Ich hab mich gerade an der Backseite begeben, Mama. Ja. Oh, ich hab den. Mach das ja ab. Mach das ja ab. Hast du das nicht hin? Doch! Hallo Leute! Ich finde das halt krassig. Ja, und sieht man nicht mehr auf der Kamera. Na, und sieht man nicht mehr auf der Kamera. Na, und sieht man nicht mehr auf der Kamera. Nein, das ist so eine Lehnung. Oh Mann, ja! Nein, da kann man's wegrollen. Ach, ich weiß wie... So, jetzt... So kann man's weg... Ja, du meinst die Folie weg. Und wir packen sie raus. Das ist so eine! Jaaa! So, Strom an App starten und dann... Ja, wenn das gut hier ist... Da kann ich eben gerade auch... Da muss ich nicht füße... Da muss das... Da muss das... Ne, das aber auch. Ja. Ja, aber was ist, wenn hier der Gurt ist? Ja, der muss den Gurt abmachen. Den Gurt verlängern. Flugzeuggurte. Ja. Ja, und verlängert man den. Den abmachen? Das heißt, wie... Au! Wie macht man den ab? Den abmachen hab ich ja verstanden, aber ich verlängere nicht. Da rutscht hier. Kleiner Rutsch. Verlängern du mal zu machen. Ja. Verlängern das. So, das hab ich jetzt angeschlossen. Soll ich das jetzt schön abmachen oder was? Das mit dem Verlänger... Länger oder kürzer? Länger! 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 Länger oder kürzer? Länger! Oh! Das ist schon... Jetzt machen wir hier so auf die Sette rausgehen, dann hat's losgekommen. Weil da ist der... Ja... Die Sensor drinnen, nehm ich. Weil wir haben jetzt... Wir haben jetzt hier... Okay? Ich hab's länger gemacht. Schmeiß' den runter weg. Wir haben jetzt hier den Anschluss und dann müssen wir ja noch da... Hm.